Hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung der TuxedoBook 100 Serie. Die Geräte der TuxedoBook 100 Serie verfügen über ein 13,3 Zoll großes entspiegeltes Display, wegen lediglich 1,5 Kilogramm, sind nur 3 cm hoch, 33 cm breit und 23 cm tief. Alle Geräte verfügen über Bluetooth, WLAN, eine Webcam, Gigabit-Netzwerk und so weiter. Hier sehen wir ein zugeklapptes Gerät. An der Front sehen wir 4 Dioden für den Batteriebetrieb, Batterieladestand, Festplattenaktivität, WLAN und einen Schalter, um WLAN ein- und auszuschalten. An der rechten Seite ist ein Kopfhörer-Mikrofon, ein- bzw. Ausgang zu finden, USB 2.0 einmal. Auf der linken Seite gibt es dann noch einen VGA-D-SAP-Anschluss, ein Netzwerkport, ein E-SATA-Port, ein HDMI-Port, zweimal USB 3.0, ein Express-Card-Slot und ein Multikartenlesegerät. Rückseitig sehen wir dann noch einen Anschluss für eine Dockingstation und den Akku mit den entsprechenden Arretierungen. Unter dem Akku ist der Slot für die UMTS-Karte zu finden. Optional erhältlich bei den Tuxedo-Books der 100er-Serie ist ein UMTS-Modul. Damit können Sie von überall aus ins Internet. Ebenfalls optional erhältlich ist eine Dockingstation. Den Dockingport haben wir gerade unten am Gerät gesehen. Auf diese Dockingstation kann das Gerät einfach aufgesetzt werden und direkt sind alle USB- und Monitorgeräte mit dem Laptop verbunden. Die Dockingstation verfügt links über drei USB-Anschlüsse und rückseitig nochmals über vier Anschlüsse. Außerdem noch entsprechende Audioanschlüsse, DVID, VGA-DSAP, serieller Port, Netzwerk und die Stromversorgung, die sowohl das Notebook als auch die Dockingstation und alle angeschlossenen USB-Geräte mit Strom versorgt. Das Netzteil für die Dockingstation ist natürlich nochmals im Lieferumfang enthalten. Das heißt, Sie bekommen zwei Netzteile, eines für das Notebook und eines für die Dockingstation. Das Gerät wird von uns direkt von Haus aus eingerichtet und konfiguriert. Wir richten als Benutzernamen Ihren Vornamen ein und vergeben als Passwort unsere Postleitzahl. Die entsprechenden Daten finden Sie natürlich auf einem beiliegenden Computerbegleitschreiben. Selbstverständlich erhalten Sie auf alle Tuxedo-Geräte 24 Monate Pick-up-and-Return-Garantie. Das bedeutet, im Fall eines Hardware-Deffekts senden wir Ihnen per E-Mail ein kostenloses Retourenetikett zu. Dieses müssen Sie einfach auf das Paket kleben und können es dann kostenfrei in der nächsten Postfiliale abgeben. Wir zeigen Ihnen noch kurz, wie das Multi-Touch-Touchpad funktioniert. Anhand unserer Seite demonstrieren wir Ihnen die Scroll-Funktion. Hier beispielsweise mit einem Finger auf dem Touchpad bleiben und im Anschluss rauf- oder herab-scrollen. Bluetooth lässt sich direkt über einen Schalter aktivieren, ebenso natürlich WLAN und so weiter. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen bzw. zuhören und würde mich freuen, Sie in unserem Shop unter www.linuxonlineshop.de als Kunde begrüßen zu dürfen.